Hey! Und hey, gut, gut, gell, ja! Was hat er denn da? Was hat er denn da? Was hat er denn da gekauft? Sowas wollte ich früher armer haben als Kind, aber ich hab nie eins bekommen. Später hab ich mir dann selbst eins gekauft, aber das war aus Lego, das ist nicht so schwer zu füttern. Und die ist halt schon echt, wech. Das ist ja echt die Katz, die der da hat. Der war aber dann echt die Katz. Nicht jetzt so ein Blindstier. Die ist echt, wirklich jetzt. Das ist kein Blindstier, guck, die ist echt. Guck. Siehst du das überhaupt, dass die echt ist? Guck mal. Ich wollte früher immer eine Katz haben, oder einen Hund, oder einen Pockel. Ich hab nie einer bekommen. Als Kind hab ich auch mal ein Tier gehabt, so ein Worm. Den hab ich Beatrix genannt, den hab ich immer mal eine Zandkastel gehabt. Aber geht's denn jetzt hin? Komm mal her! Put, put! Komm her! Kätzchen! Hitz! Halt die Jagd grad irgendwas, hä? Bist du doch mal weg? Ich mach jetzt so für den Bubler die Urlaubsvertretung, ne? Hoppala! Ach gut! Ich mach für den Bubler jetzt die Urlaubsvertretung, ne? Also ich bin halt jetzt da, der ist nicht da, der macht Urlaub. Ich hab auch Urlaub schon mal gemacht, ich weiß wie das ist. Ist jetzt, naja, ich sag mal so. Wenn's ein schöner Ort ist. Also jetzt so Bad Kreuznach oder sowas. Das ist schön. Ist schön, macht's Spaß. Kannst auch spazieren gehen, in den Wald gehen und so weiter, auf die Felder. Ist schön. Ist schön. Außer wenn ich so Kuh angreife. Da wird's gefährlich. Ich muss aufpassen. So eine Kuh, die ist... Ach Gott, groß. Nicht so wie die Gläte ohne, ey. So groß die Kuh. Wie sind die jetzt eigentlich hingelaufen? Das ist schon der, was passiert. Und ich jetzt so gerade verantwortlich bin, kriege ich aber einen auf den Deckel. Hallo? So. Wie sind die 10 Jahre? Die hat loans die verschiessen, hm? Das ist wakse, um. Was ist denn die? Jetzt 같이 aber gleich... Aha Jetzt hat's er. Guck mal da. Gutes Kettние! Gute Kuh ganz ruhig. Der hat sich versteckelt. Was aber vielleicht siehst duc's ned direkt. Guck mal. Kann's dasorta sähe doch. Guck mal hinter den vorhanden hat das sich verstecat... Guck mal da. God! Die jagt irgendwas необход name. Ich hab' jetzt keine Zeit. Ich muss doch jetzt ein Video machen. Herr Wabbel macht es hier schon schöne Leben. Und ich muss jetzt solche Dinge ... images machen und schreiben! Aber jetzt mal im Ernst, wenn der Wabler wieder heimkommt, ist der Sache, ich habe alles gut gemacht, okay? Ich habe super Videos gemacht, ich habe alles gescheit euch gestellt und so weiter und so fort, okay? Gut, gut. Tatsi, hallo, über dir, hallo. Guck mal. Komm ich jetzt einfach wieder hier. Ich gehe jetzt einfach wieder ins Stuhl und komme ich hier und warte, bis er kommt und sage, Unwieg. Gesundheit, Kitzel. Hast du gerade genossen? Guck dir die Katz, die macht alles kaputt. Komm ich schaue noch ein paar Urlaubsgrüße raus an der Wabler, okay? Dann muss ich aber langsam mal weitermachen, der Wabler heim mal zu. Hab einen schönen Urlaub, mach irgendwas halt im Urlaub, was man macht. Im Urlaub, okay? Gut, ciao, ciao.